Willkommen zurück zu Tomb Raider. So, wir müssen zu Rickman. Zu White Man, White Man. Können wir noch was machen? Das ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Bracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Cool. Sie hätten hier ein Tagebuch geschrieben. Ein von zehn Baras Tagebücher. Set begonnen. Okay. Oh, dann machen wir das hin. Ja, einfach. Ja. Moment, Moment, Moment. Oh nein. Oh. Okay, wir sind richtig. Ja, eigentlich schon. Alles frei, Lara! Komm raus! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Bracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie Sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Wie scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was nützliches. Unglaublich. Du blöder Paar, ey. Du konntest mir mal helfen. Sam, die Berghausgut für ein Upgrade mit der Axt. Und jetzt. Weile, immer gut. So, er hat geschweichert. Achse ist nicht stabil. Hm, okay. Jetzt noch Berghausgut. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. 20,50. Hier sind noch Pfeile. Können wir jetzt mitnehmen? Ja, perfekt. Hier sind noch Pfeile. Okay, ist voll. So muss das laufen. Hau ab! Dann, 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 dann. Wenn ich satt bin, dann schieße ich die Brot. Nein. Also schieße ich die Brot. Ich schieße die Brot. Aha. Hat das gut. Ich stecke die Brot. Wenn ich jetzt umfass. Ich schieße die Brot. Ich schieße die Brot. Ich schieße die Brot. Also wir schieße das auch ein guter Brot. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Sehr gut. So, neues Upgradation für uns. Sehr, sehr gut. So, und Speicher wieder. Ich bin sehr nager. Oh, mein Finger. Oh, 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 oh. 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 Okay. Ha, ha, unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamateis. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Kommt, schnell. Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir reden. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Versteht? Nein! Ich leere das. Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Oh, der ist so dämlich. Jetzt sind wir bei so schweren Nacken. Oh, nee. Oh, du schmierst ja ab. Geht die Fresse hin. Oh, fuck. Ja. Ja, speichert Deckung. Gehen Sie hinter Ihren Objekten Deckung. Oh, Gott. Kommt einer? Weiter, 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 weiter. Was siehst du? Äh, nichts. Hier ist alles klar. Gut weiter in den Berghaus. Rein, 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 rein. Boah. Halt die Luft an, halt die Luft an. Ich hätte das schon gemerkt. So. WTF? Ich hab Y gedrückt. Oh, du schmieriger Lappen. Halt die Presse. Entschuldigung. Ich hab da Lappen, ey. Ich hab Y gedrückt. Ich hab Y gedrückt. Ja, sehen wir nochmal Lappen sterben. Ich hab Y gedrückt. Ich hab's gut gemacht. Ey, du! Ich hab's gut gemacht. Mann, ey. Töt' die ganze Zeit abzuhlern! Warum? Ah, ja, komm. Entschuldigung, aber... Oh, ja, komm. Oh, ja, komm. Ah. Jeez. Oh! 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 Alter, ich drück' mein Leben! Boah! Junge. Ohohohoho, alter! Das war Notwehr. Ja! Du musstest sie töten. Es war Notwehr. Sonst wärst du gut. Ja. Pistole. Sehr gut. Es war richtig, was sie gemacht hat. Okay, wir müssen immer noch in Deckung bleiben. Lauf, lauf, lauf. Ja. Speichert? Da ist noch eine! Wie ist dahinter? Ist sie tot? Keine Ahnung. Mit sohn, ja. Outsider, wir wissen, dass du da bist! Du hast keinen Ausweg! Ist das so? Bämst! Bämst! So! Füllen sie Tür, indem sie X drücken. Die kann ich nicht mitnehmen. Hier sind noch ein paar Pfeile. Sehr gut. Das werden wir am Anfang brauchen. Hier können wir nichts machen. Soll ich es gut machen? Nicht. Auf. So, auf. Hopp! Hey! Hey! Sie sind unten noch hier. Ich weiß, du bist so in diesem Würzigen Bogen. Ich will jetzt schon mal weg. Auf der�ge uns gut dabei. Ja, auf der�ge geht es gut dabei. Aufgeladener Schuss halten sie beim Bogen. Er hat sich hier gedrückt, um einen Schuss aufzuladen, der erhöhten Schaden ist. Was ist der denn? Was ist passiert? Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Oh nein! Ich bin verwundet! Hilfe! Ist das an der Kiste? So, sehr gut. Weiter geht's. Lara, bist du da? Ja! Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Roth, ich hab hier echt ein Problem. Wir bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ah, speichern. Können wir speichern? Ja. Bei alten Ruinen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, Lara. Denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle euch hier. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Machen wir Munition. So. Dann erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.